Oh no! Headblocker ist von... Oh no! Oh je. Ja, sehr gut. So, damit seid gegrüßt. Genau deswegen, genau deswegen ist der Headblocker auf solchen Seiten aktiviert. Ja, ins Blocker ist was Böses, aber ich habe das hier auf dem PC, gerade für solche Seiten, falls ich das hier mal aufnehme, falls solche Seiten mal aufnehme, ist das einfach nötig. Für YouTube wird da selbstverständlich ausgeschaltet. YouTube guckt ja meistens eigentlich nur auf dem Handy. Also, so, müssen wir heute mit Werbung leben. Und damit seid gegrüßt, mein Lieben, zwei Gnome-Hobits und eine Dortmung zu einem neuen... Äh, keine Ahnung, könnte ein Zwischendurch-Dings sein, aber ist wahrscheinlich ein Feiertags-Special. Gut. Ich würde mal sagen, machen wir einfach. Wir spielen heute zum Walddienstag hier ein paar Love-Tester. Also, ich versuche mal anlässlich des heutigen Tages, ich suche da mal ein paar Seiten raus und versuche mich mal hier an ein paar Liebestestern. Na, auf Tester. Los geht's. Achtung, dies ist natürlich nur ein Spiel. Echte Liebestest, hier wird nicht berechnet. Ah, was? Ich dachte... Ich dachte, das wäre real... Ähm... Namen. Ähm, jetzt muss ich den Namen eingeben. Ähm... So, dann testen wir das mal. Äh... Ooooooooh... Boah... Oh, Mensch... Oh, Mensch... Das ist mir wohl heute eigentlich wieder mehr erwartet. Moji... Seid gute Freunde, vielleicht auch mehr? Was? Ähm... Ähm... Ja... Teil dann bei Facebook. Äh... Bestimmt. Ähm... Finden wir mal heute heraus, mit wem... meinem Squad. Ich so am besten zusammenpasse. Versuchen wir mal die Paare auszutesten. Oh, 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 oh... Flafsende Ehe. Zwinker, Zwinker. Metschproff. Ähm... Hm... Gibt's noch... Takeru. Trickswerbung. Oh, 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 oh... Es wird ja immer... Es wird ja immer flauschiger. Es wird ja immer flauschiger. Es ist ja... Da knistert was. Wie groß wird er jetzt nicht. Hm, hm. Ja, und jetzt bin ich am... Jetzt bin ich wohl am meisten gespannt. Testen wir das mal. So groß mal. Oh, 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 oh... Drum prüfe, wer sich hier wegfindet. Ob sich nicht doch etwas Besseres findet. Ähm... Äh... Ja. Bestimmt. Na... Alles klar. Ähm... Ja. Ein altes Gerücht. Ähm... Ja. Ein altes Gerücht, was schon immer... Kursiert hier. Hm. In meinen Kreisen. Testen wir's mal. Na. Iiiiii... Boah. Ja, da seht ihr's. Das ist doch wohl der eindeutige Beweis. Das ist ja noch... Das lässt sich hier noch nicht widerlegen. Das ist ja... Das ist... Der Beweis. Also wer das jetzt noch glaubt. Hm. Gut, ähm... So, was haben wir denn hier? Die klassischen... ...Mädchenspieler. So, hier das Secret Office Kissing. Das fand ich schon immer herrlich. Scheiße. Ah. True Secret... Äh... Muss ja wohl. Wo? Okay, und unsere Aufgabe ist jetzt... ...zu knutschen, wenn der Chef nicht hinguckt. Ja. Ein wunderbares Spiel. Lieber um Arbeitsplatz. Ja. Na. Mach guck da nicht hin. Oha. Jetzt sind wir gefeiert. Oder was? Du bist gefeiert. Du bist gefeiert. Oha. Ähm. Das müssen wir jetzt mal besser machen. Das müssen wir uns hier mal ein bisschen anstrengen. Hm. Na komm. Die darf uns nicht erwischen. Puh. Hier ist ja auch ein bisschen geschickt. Der Telefonierter. Oh. Verwirkt. Na komm. Secret office ofSkiss. Jaaa. Wenn man, wenn man, wenn man meine Herzen führt. Und man neun. Oder was? Oh. Es ist ja das. Wird die Beziehung einfach gewechselt. Oh. Ich dachte, der hat die Augen zu gehabt. Ach komm. Wow. Pink. Es brennt. Es schmerzt in den Augen. Die Farbe. Sie tut weh. Ja, versuch. Ich bin verabredet. Ja. Von mir aus. Jetzt müssen wir den Make-up verteilen. Die Farben sind wirklich ein bisschen... ein bisschen dolle-grell. Machen wir es hässlich. Ich meine natürlich, wir machen es ganz hübsch. Was gibt es denn hier überhaupt? Die tiefernd ich bisher am besten. So siehst du super aus. Ja. So. Ach so, Augenfarbe. Braun. Schwarz. Regenbogen. Der Regenbogen. Genauso muss das. Ähm. Dann hier. Oh. Ich habe Angst. Angst auf diese Person. So, noch mehr Make-up. Ähm. Regenbogenstift gibt es nicht. Boah, shit. Hey, die Scheiße. Was machen wir hier? Dieser Gesichtsausdruck, der macht mir Angst. Oh, die Baudi. Alter. Diese hochgezogenen Augenbrauen und diese großen Augen. Das ist hier. Das ist Chucky, die Mörderer-Pudding. Die überfällt mich im Schlaf und... Okay, was passiert hier? Ach so, die Gliedschatten. Ja, hier im Blau am besten. Äh, ja. So sieht es perfekt aus. Ja. Oh Gott. Das ist auch ruhig eng. Es sieht auch von der Ferne nicht. Auweia. So. Was haben wir hier für die Kleider im Angebot? Äh, ja. Genau das hier. Oh, das hier ist ein bisschen übertrieben. Äh, ja. So. Ja, genau. Mit der Tasche hier. Äh. Die Lippen hier. Äh. 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 Die finde ich aber auch, die finde ich auch nicht schlecht. Aber komm, die Lippen-Tasche hier. Und das bin ich nicht, das Ding ist hier. Blumen. Ja, ein bisschen ungroß. Ich bin der perfekte Hochzeits-Designer. Ihr seht schon. Ja, so einen richtig fetten Klunker hier noch dran. Am besten in der knalligen Farbe. Was gibt's denn hier noch so? Ähm. Hier richtig Gold. Ja, das hier machen wir. Nee. Kommt, das hier machen wir. Ein Schleier. Ja, hier. Knallrot. Und blau. Nee, knallrot machen wir. So. Oberteil. Genau das. Äh, ja. So machen wir das ganze Neon-Pink. Ähm. So. Super. Ach, die Nägel noch vor Angestellten. Ja, warum nicht? Schwarz. Hier glitzern. Genauso. Glitzer mit Schwarz. Hm, nee. Ja. Ja, so machen wir's. Und dann hier noch. Äh, ja. Schön kitschig. Oh, schräg. Die gestellt aus der Hölle. Habe ich mir das tatsächlich jetzt gespeichert? Äh, ja. So, ein letztes Ding noch. Zum Schluss, was haben wir? Fidgets, genau. Ja, klar. Ähm. Sind ja auch nicht schon seit... Seit Jahrhunderten. Aus dem Trend. Ja. Ach, Geld. In dem Werbung. Ich versteh nicht. Äh, was? Was will das Spiel von mir? Äh, okay. Ähm, ja, gut. Oh, Farbe ändern. Ein Knellgrün. Dreht er sich natürlich besser. Was? 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 Was will das Spiel von mir? Was? Ich hab keinen Plan. Es gibt's in Schwarz, in Rot, in Orange, in Grün. Ja, warum auch nicht in Orange? Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Äh, ja. Dann haben wir gleich die 80 wieder voll und dann können wir das einsetzen, oder? Ich... Ja. Ja. Mhm. Es ist mir ein Rätsel. Ja. Das sieht doch noch jetzt passend aus zum Tage. Oh, Melzior Art. Ähm... Ähm... Ach, so'n Ding. So'n Scheiß-Spiel. Äh, von denen hab ich einige. Von denen kenn ich. Und dann haben nicht, aber... Das sind nur diese Gold-Digger-Dinger-Dinger. Und dann sind diese Gold... Das ist die Spiele, wo du halt immer noch Gold kamen musst. Wenn du spielst noch viele Punkte kriegen musst. Versteh'n. Ja. Nerv-Meter. Okay. Ist das Nerv-Meter voll? Okay. Gilt. Mhm. Und was auch immer. Äh... Versteh'. Bombe kaufen. Was zum Hinkau... Geld. Ne, das war der Stein. Ach komm, der hat was los sein. Haben wir genug Scheiße heute produziert hier? Ja. Oder so. Oder so. Und ja, man sieht sich in einem besseren Video im Kanal wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Bis dahin, ciao.